Hand aufs Herz, die meisten von uns sind schon einmal gestürzt, völlig unabhängig vom Alter. Doch je älter wir werden, desto größer wird unsere Angst davor, denn häufig führt so ein Sturz dann auch zu Verletzungen. Allerdings geraten wir nun in einen Teufelskreis. Durch die Angst vermeiden wir eben Bewegungen und werden dadurch noch sturzanfälliger. Umso wichtiger ist es, dass du dich rechtzeitig mit dem Thema Sturzprophylaxe oder Vorbeugung beschäftigst. Denn Stürze können verhindert werden. Im heutigen Video zeige ich dir, was überhaupt hinter dem Begriff Sturzprophylaxe steht, gebe dir einige Tipps, wie du dein Zuhause möglichst sturzsicher machst und welche Hilfsmittel sinnvoll sind. Nach einem ganz kurzen Intro geht's dann auch schon los. Und ich freue mich, dass du auch heute wieder auf meinem YouTube-Kanal Faktist vorbeischaust. Und ich verspreche dir, es lohnt sich. Egal, ob du noch fit bist, pflegebedürftige Angehörige betreust oder selbstpflegebedürftig bist. Denn Sturzprophylaxe ist das Vorbeugen von Stürzen und meint das Zusammenspiel verschiedener Maßnahmen, die Stürzen vorbeugen sollen oder sie sogar vermeiden. Mit den Maßnahmen zur Sturzprophylaxe verfolgst du verschiedene Ziele. Zum einen, die Risiken für Stürze schon im Vorfeld zu erkennen. Zum anderen, die eigene Beweglichkeit oder die von pflegebedürftigen Angehörigen zu verbessern, um so Stürzen eben vorzubeugen. Zum Verständnis, Stürze sind Ereignisse, bei denen Betroffene unbeabsichtigt auf den Boden oder eine andere tiefe Ebene fallen, beispielsweise die Treppe hinunter oder aus dem Fenster fallen. Gerade wenn das Gleichgewicht altersbedingt nachlässt und sich die Muskelkraft verringert, wird man anfälliger für Stürze. Deshalb weisen auch viele Ärzte und Experten darauf hin, dass Balance, Kraft und Reaktionsvermögen auch oder vielleicht sogar gerade im Alter trainiert werden müssen. Insbesondere bei Pflegebedürftigkeit. Und der Grund ist einfach. Bewegung verhindert Stürze. Mit Kraft- und Gleichgewichtsübungen förderst du also nicht nur deine Gesundheit, sondern beugst auch ganz aktiv der Sturzgefahr vor. Die Angst vor einem Sturz ist vor allem im Alter verständlich und lässt sich sogar statistisch begründen. Schätzungsweise ein Drittel der über 65-Jährigen, die zu Hause leben, stürzen mindestens einmal im Jahr. Um dies zu verhindern, sollte man schauen, ob und welche individuellen Risikofaktoren vorliegen. Zu den häufigsten Sturzursachen zählen Gleichgewichtsstörungen Muskelschwäche Eingeschränkte Bewegungsfreiheit Fehlsichtigkeit oder Augenerkrankungen Erkrankungen, die Schwindel begünstigen Ungeeignete Kleidung Insbesondere auch ungeeignetes Schuhwerk Bestimmte Medikamente, die Schwindel verursachen können Inkontinenz Zum Beispiel durch das unvorsichtige Eilen zur Toilette Und natürlich die Angst vor Stürzen selbst Übrigens in Deutschland werden jedes Jahr mehr als 5 Millionen Stürze von älteren Menschen gezählt Und über 400.000 davon erleiden dadurch einen Knochenbruch Weitere Folgen sind Prellungen, Verstrauchungen oder Hüftfrakturen Worüber weniger gesprochen wird, sind die psychischen Folgen Denn viele Betroffene haben massiv Angst, erneut zu stürzen Und bewegen sich deshalb weniger und verlieren so wichtige Alltagskompetenzen Mit nur wenigen Fragen kannst du dein persönliches Sturzrisiko oder das eines pflegebedürftigen Angehörigen abschätzen Hier sollte natürlich ehrlich geantwortet werden Erstens Ist der Betroffene im letzten Jahr bereits gestürzt? Zweitens Fühlt sich der Betroffene beim Gehen unsicher? Und drittens Hat der Betroffene Angst zu stürzen? Wurde nun mindestens eine Frage mit Ja beantwortet Macht es Sinn, sich mit Sturzprävention oder einer individuellen Sturzprophylaxe näher zu befassen Und es gibt die verschiedensten Maßnahmen Zum einen die personenbezogenen Maßnahmen bei denen Betroffene direkt an sich etwas ändern beziehungsweise trainieren können Zum anderen medikamentöse Maßnahmen die mit einem Arzt besprochen werden sollten Und darüber hinaus noch die Anpassung des Wohnraums eben um eine sichere Umgebung zu schaffen Beginnen wollen wir mit den personenbezogenen Maßnahmen Wie anfangs ja schon ausgeführt trägt Bewegung entscheidend dazu bei die eigene Muskelkraft und die Beweglichkeit zu fördern und somit das Sturzrisiko von Anfang an zu minimieren Immer abhängig von der eigenen körperlichen Fähigkeit kannst du folgende Maßnahmen angehen Übungen, um das Gleichgewicht zu fördern Ausdauer- und Krafttraining zur Förderung der Muskulatur Und natürlich auch Bewegungstrainings bei Gehstörungen Doch halt, bevor du gleich loslegst Einige Krankheiten schränken die Bewegungsfähigkeit ein und erhöhen so auch die Sturzanfälligkeit wie zum Beispiel Parkinson, Multiple Sklerose, Blutdruckstörungen oder auch Sehbeeinträchtigungen Kläre also die Maßnahmen unbedingt vorher mit deinem Arzt ab Er wird dir auch erklären, welche Trainings sich am besten eignen Und denke auch daran, dass hier nicht das Ziel ist Leistungssport zu betreiben, sondern lediglich durch eine vielleicht auch kleine Steigerung der körperlichen Aktivität die Lebensqualität zu erhöhen Achte unbedingt darauf, dich oder pflegebedürftige Angehörige nicht zu überfordern Der Spaß an der Bewegung sollte nämlich an erster Stelle stehen Und wo wir schon dabei sind Achte auch beim Training auf passende Kleidung und Schuhe denn du willst ja nicht rutschen oder irgendwo hängenbleiben Und nun zu den medikamentenbezogenen Maßnahmen Ja, auch Medikamente, zum Beispiel blutdrucksenkende Mittel oder Beruhigungsmittel können die Sturzanfälligkeit erhöhen Denn einige Medikamente können Schwindel auslösen oder zu einer unzureichenden Flüssigkeitsversorgung führen Wenn du bemerkst, dass Medikamente deine Bewegungsfähigkeit beeinflussen solltest du unbedingt deinen Arzt darauf hinweisen und die Medikation besprechen bzw. umstellen Klar gilt das auch, wenn du oder ein pflegebedürftiger Angehöriger ein Medikament absetzt und entsprechende körperliche Anzeichen bemerkst Wo du merkst, das Thema Sturzprophylaxe ist echt komplex Im zweiten Teil des Videos werde ich dann noch auf folgende Themen näher eingehen Die Wohnraumanpassung bzw. barrierefreies Wohnen als Sturzprophylaxe Zweitens Zuschüsse von der Krankenkasse Drittens Hilfsmittel für die Sturzprophylaxe Und viertens Sofortmaßnahmen nach einem Sturz Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Video dabei bist Und nochmal mein Tipp, wenn du kostenfrei meinen Kanal abonnierst wird dir dann jedes Video von mir automatisch angezeigt So dass du keine Inhalte verpasst, die dich interessieren Bis zum nächsten Mal Bleib positiv, bleib produktiv und vor allem Bleib gesund Dein Thomas Schneider Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal